Thema dieses Films sind die elementaren Alkalimetalle. Die Elementgruppe 1 im Periodensystem besteht aus dem Gas-Wasserstoff und der Elementfamilie der 6 Alkalimetalle Lithium, Natrium, Kalium, Rubidium, Cäsium und Franzium. Sie werden von oben nach unten immer weicher und können fast wie Butter geschnitten werden. Die Schnittstellen glänzen und oxidieren sofort. Die Schmelz- und Siedepunkte werden von oben nach unten immer kleiner. Cäsium schmilzt schon bei 29 Grad Celsius. Mit nur einem einzigen Elektron in der äußeren Schale sind die Alkalimetalle sehr reaktionsfähig. Sie kommen deshalb in der Natur nicht als Element, sondern nur in Verbindungen vor, das heißt in Steinen oder als Salze in den Meeren. Wegen dieser Gemeinsamkeit verhalten sich die Elemente ähnlich und bilden die Gruppe der Alkalimetalle. Die Reaktionsfähigkeit der Metalle nimmt vom Lithium zum Cäsium hinzu. Bei der Berührung von Alkalimetallen mit Wasser gibt es sofort eine chemische Reaktion. Das Natrium bewegt sich und schmilzt zur silbernen Kugel. Es entsteht Wasserstoff. Wenn man die Bewegung des Natriums auf dem Wasser verhindert und es auf ein feuchtes Papier legt, entzündet sich der entstandene Wasserstoff und somit auch das Natrium. Bei Kontakt mit Wasser wird so viel Energie freigesetzt, dass sich der Wasserstoff sofort entzündet. Neben Wasserstoff entstehen bei der Reaktion Hydroxide, die im Wasser gelöst Laugen genannt werden. Der Indikator zeigt eine Lauge an. Diese Laugen sind stark ätzend. Beim Umgang mit ihnen muss man immer eine Schutzbrille und Schutzkleidung tragen. Natrium Hydroxid ist Hauptbestandteil in vielen Rohrreinigern, denn es zersetzt tierische und pflanzliche Zellen. Also fast alles, was ein Abflussrohr verstopfen kann. Es greift aber nicht die Rohre, Emaille oder Plastik an, wenn es richtig dosiert wird. Solche Rohrreiniger sind gefährlich bei Kontakt mit Haut oder Augen und sogar schon beim Einatmen. Die Inhaltsstoffe sind schädlich für die Umwelt. Laugengebäck wird in stark verdünnte Natronlauge getaucht. Dadurch wird die Kruste knuspriger, dünner und weniger zäh. Mit Lithium kann man die Eigenschaften vieler Metalle verbessern. Die Zugfähigkeit, Elastizität und Härte wird größer. Lithium wird in der Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsindustrie eingesetzt, aber auch bei der Herstellung von Bahnschienen oder in den modernen Lithium-Ionen-Akkus. Mit dem radioaktiven Isotop Cesium-137, ebenfalls einem Alkalimetall, können Tumore bestrahlt werden. Franzium schließlich ist das zweitseltenste natürlich vorkommende Element, das als radioaktives Zerfallsprodukt entsteht. Es wurde 1939 als letztes Element der ersten Hauptgruppe des Periodensystems der chemischen Elemente entdeckt. Für Franzium wurde bis heute noch keine technische Verwendung gefunden.